keine ahnung das können wir immer noch mal kürzen oder noch einen ansetzen je nachdem so und jetzt achso jetzt versuchen wir hier noch mit dem was wir haben die letzte super die letzte seite hier durchzuziehen super das war hier durch sind da haben wir die seite auch schon mal gepackt so und auf geht's bin gespannt wenn das hier fertig ist und wir hier unser holz lager haben doch ist glaube ich nicht schlecht wenn man denn für alles ein bisschen zu lagerplatz hat nicht für alles jetzt einzeln man kann ja denn weil ich könnte jetzt auch ein holz lager machen wo nur das holz gelagert wird und dann irgendwo anders neue sage wo das holz gelagert wird aber wir können auch die kirche im dorf lassen so jetzt eine runde entrinden so ne halleluja ist das hoch mensch ach den ganzen quatsch müssen wir ja auf andere seite genau machen von dem hier wir ziehen jetzt einfach noch mal bis hier den boden ein erst mal wenn wir daraus noch holz machen jawohl ziehen jetzt hier erst am boden ein links lassen wir noch frei da müssen wir halt noch schauen so 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 machen wir den auch zu ja okay gehen wir einmal runter und wir gucken uns das ganze mal von weiter weg an wir müssen diesen baum hier weg machen der steht eh zu nah dran der ist eh im weg tut mir leid so und er bleibt denn da einfach ganz ernsthaft naja zurecht was ist wenn ich da jetzt wieder hingehen naja gut okay der müsste auch weg aber das machen wir nicht jetzt äh mal gucken so einfach im weg der baum machen wir das mal weg und gucken uns den ganzen spass hier mal an so weg alles weg ich hätte jetzt auch die schere nehmen können aber dann haben wir irgendwann vielleicht auch zu viel von diesen blättern gedönse ja doch ist okay ne voller breite ist auch okay ist nicht übertrieben ich weiß nur nicht ob das aussieht hier aber doch ne geht mit diesen hier noch geht glaube ich ob es besser wäre wenn es zu wäre seitlich die macht auch keinen sinn doch es wird aber vielleicht müsste man doch noch einen rausziehen ich glaube das sieht doch noch ein bisschen besser aus dann hoch ich dachte gerade wir haben brot aber das ist ein das ist auf jeden fall kein brot ähm wir gehen jetzt und gehen wir jetzt da hinten ne wir warten bis wir pennen gehen können glaube ich wir gehen erstmal zurück packen unsere taschen ein bisschen aus gucken dass wir pennen gehen dann gehen wir nach da hinten holen ein bisschen clay äh wenn wir ein bisschen was geholt haben auf dem rückweg holen wir uns noch ein paar bäumchen und zum schluss zum abschluss gehen wir denn wieder unten in unsere höhle nochmal rein eine stunde zwei aufnahme ich war ja fünf minuten oder sechs minuten auf dem pot naja doch das ist okay das behalten wir leder machen wir da mit rein ich weiß nicht wo das andere ist weiß ich auch nicht das ist da auf jeden fall nicht das ist hier und das ist dort holz und holz die stufen das packen wir erstmal hier mit rein das auch das hätten wir eigentlich auch alles drüben lassen können wir was da eigentlich brauchen die behalten wir zäune behalten wir auch glas machen wir da mit rein die stufen machen wir da rein das ach komm komm jetzt so machen wir auch da mit rein die sonnenblumen sind ja doch da schappelzacke brauchen war schöne schappelzacke zwei kies müssen wir ja noch besorgen genau also machen wir auch noch mal drei schaufeln den holen wir wenn es hell wird gleich erstmal kies bevor wir da clay holen vielleicht holen wir auch am ende der aufnahme clay erst oder wir lassen es überhaupt in der aufnahme noch ja nee das wird jetzt noch nichts aber da jetzt hinlatschen und kies holen macht auch keinen sinn den können wir gleich wieder zurück latschen pflücken können wir hier auf jeden fall noch nichts aber wenn wir hier gerade eh gar nichts zu tun haben machen wir das machen wir das so keine ahnung was wir damit jetzt machen könnten gibt es hier irgendwo was zu können na man was wir damit machen könnten mh zucker kuchen ein schmelzofen moment mal das ist ein ofen das ist ein schmelzofen was ist denn daran anders töpfe können wir jetzt zum beispiel auch machen mit unserem clay mhm mhm seelenfeuer harttisch und kompost drauf okay so hier brauchen wir dann auf jeden fall auch ein paar davon das ist ein ofen ein webstuhl ein platten spieler ein schleifstein eine steinsäge wir gehen wissen was man damit machen kann muss ich denn alles mal googeln wenn ich nicht für einen räucherofen für fisch ne würde ich sagen mhm okay okay ja sehr interessant war doch noch so viel zeit gewesen naja es ist jetzt nicht zu ändern es wird ja gedustert gerade langsam so allmählich wir gucken wir hier hoch ah ja schon über 80 folgen her bald 100 folgen haben wir da haben wir hier dieses ding da reingezimmert und ich weiß nicht und ich weiß nicht habe ich für fast 100 folgen schon habe ich für fast 100 folgen zu wenig gemacht schon ich weiß es nicht ich war vielleicht zu wenig in der höhle ja das kann sein aber so vom bau her an sich weiß ich nicht hätte man aber das ist ja nicht ist ja kein wettbewerb hier ich will ja jetzt auch nicht hier einfach immer alles rausknallen jetzt am anfang läuft es halt auch noch wenn man da halt einiges braucht was man auch haben möchte gerne aber irgendwann sitzen wir dann hier bestimmt auch und denken was machen wir jetzt gut ob das mal passiert weiß ich nicht jetzt kommen halt immer wieder neue Ideen eine Idee bringt die nächste so jetzt laden wir mal eine Runde und holen Kies einmal eine Runde Kies Richard holen man steinigt mich so kommen wir da schon hoch ich glaube hier sind wir schon öfter hochgegangen wo war denn das da hinten ich gehe ah ja genau ich gehe immer hier lang und stelle fest es ist falsch so 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 nee da ne ist ja egal da hinten ist auf jeden Fall Kies Richard ich komme lalalalalala 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 lalalalalalalala waren wir letztes mal auch so weit oben um Kies zu holen nö ne wir waren letztes mal woanders kies holen dort waren wir zugegen hier genau hier es macht keinen sinn dass ich mir wehtue ja genau hier waren wir schon mal für unten für unsere mine brauchen wir um die lava wieder ein bisschen einzudämmen wir brauchen das nicht so unfassbar viele sind 22 64 stext damit sollte man auf jeden fall safe sein und dann sind wir durch zumindest da dann das machen wir auch aber immer der reihe nach hier hier könnte man jetzt zum beispiel auch eine verbindung in bauern so eine u-bahn verbindung so als kieswerk wäre das nicht schlecht wenn man hier irgendwo in häuschen hinsetzen und sagen okay hier da könnte man denn zur not auch mal pennen ja aber ich weiß ich brauche so oft kies für wege ja oder jetzt sowas wie wenn sowas ist wegen lava die erde da lasse ich jetzt gerade mal so jojo jojo gleich haben wir doch schon unsere 64 ich würde so gerne da hinten lang gehen aber ich will es nicht vor dem update also auch eigentlich erst nach dem zweiten update oder ich informiere mich da erstmal wie das aussieht so die lassen wir auf jeden fall hier war lang ne alter uhr schrocken gerade mein gott ich hab niemanden was getan hier niemanden außer die biene am anfang wo wir angefangen haben mit dem display und ein schaf ne ein schaf war du alter kommt diese kuh da an alter und haut mir voll ins ohr rein ey ich bin auch so ein unorientierter mensch irgendwie ich das ist ja schon richtig widerlich na klar nein nein dummheit gehört bestraft gehen wir hier überhaupt richtig ich denke ja alter also wäre vielleicht so eine bahn dahin gar nicht so verkehrt machen wir denn in der 500. folge machen wir das denn so da sind wir doch wir brauchen echt was zu essen wir müssen echt oh mein gott vielleicht sollten wir in der nächsten aufnahme einfach da hinten mal ein größeres feld anlegen und das hier vorne weg hauen weil das ist wirklich zu klein weil wir auch da hinten am ackern sind und ja das bringt uns denn hier nichts weil das wird hier nicht wachsen weil wir auf den chancen raus sind so ach nicht schnell rennen jetzt latschen wir noch mal zum strand und gucken noch mal nach ein bisschen clay auch wenn wir es für das häuschen denn nicht brauchen wir können sie ja dann für ein anderes gebrauchen vielleicht genau ich habe ja jetzt auch in dieser aufnahme schon so oft gesagt dass ich gucken will wo wir unsere dings hin bauen hier kommt ja ein wald drumrum so kleiner ne hier würde ich fast so sagen irgendwo ne auf jeden fall brauchen wir viel platz was eben ehrlich ist also müssen wir wohl sehr viel erde klatschen oder abtragen vielleicht aber auch hier so hier sind so viele hüllen ne müsste man halt vorher mal erkundigen diese hülle dann könnte man das hier bauen und müsste denn hier armer ordentlich von hier da durch alles glatt ziehen armer hier ja 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 ja